Montieren Sie die Halteklammer am Tisch und haken Sie das Bedienpult ein. Schließen Sie das Kabel an der Seite des Roboters an und anschließend am Bedienpult. Achten Sie darauf, dass die LED des einzustellenden Balls leuchtet. Mit dem Drehknopf darunter stellen Sie die Platzierung ein. Mit dem Add-Ball-Knopf fügen Sie einen Ball hinzu. So können Sie bis zu 6 Bälle einstellen. Zum Löschen eines Balls drücken Sie den Erase-Ball-Knopf. Der Ball mit der blinkenden LED wird somit gelöscht. Mit dem Ball-Pro-Minute-Drehregler kann die Frequenz des Ballauswurfs eingestellt werden. Mit den anderen unteren Drehreglern können Sie dann Spin, Geschwindigkeit, Seitenschnitt und Flugkurve einstellen. Durch die Random-Funktion werden die Bälle je nach Einstellung zufällig ausgeworfen. Drücken Sie den Random-Knopf einmal, um den Radius der ankommenden Bälle von 13 auf 20 cm zu erweitern. Drücken Sie den Random-Knopf zweimal, um die einprogrammierten Platzierungen in einer zufälligen Reihenfolge anspielen zu lassen. Dreimaliges Drücken kombiniert die zuvor erklärten Funktionen. Drücken Sie den Zum nightmare. Drücken Sie mit dem 25% zu erhöhen. Drücken Sie den Armum-Knopf. Drücken Sie den Armum-Knopf. Drücken Sie den Armum-Knopf. Drücken Sie den Armum-Knopf. Vielen Dank.